es ist auf jeden fall eigentlich ein spiel für die alte konsolengeneration xbox 360 3 das ist verdammt lange her wir stehen die dinge in der karibik ziemlich schlecht fürchte ich ich glaube wir sollten uns darüber in ruhe unterhalten kommt mein connor hat nach kenraille gelebt er war sklave und hat sich und hunderte seiner brüder in der karibik befreit der mann ist die lebende inkarnation des kratos sollen wir trainieren bald vorher habe ich noch zu tun und das ist jetzt amerika ich gucke nur noch kurz mal ob es vielleicht in den grafikeinstellungen naja schade wie viele starben tausende keine familie blieb verschont ich hasse praktische erwägungen in zeiten wie diesen aber hat macken als man seine aufgabe vor dem weben erfüllt ich weiß es nicht und redi wurde nicht gefunden er war ein starker maroon ich hörte lieben erwartet euch schon gesehen ich hörte mistris hope sucht nach euch warte mal wer sucht alles nach mir lieben müsste zu egal ich gehe einfach mal hier hin so geht das nicht was habe ich verpasst nur die erste trainingsstunde wir trainieren ständig keseguase und genauso wird das auch weitergehen spar dir deine worte schei scheut das lernen wie der teufel das weihwasser zum heilen der bursche hat so viel potenzial aber so will ich bis zu kriegen schon gut schon gut was soll ich für euch tun sehr gut gut dann und was steht denn heute an gut und gerade schießen benutzt diese das sind eure nun ihr solltet wenigstens eine halbe chance haben na los und da sind wir wieder ich hatte gerade den absturz dummer weise aber die ziel durch ruhig zeigt aber nicht zu viel noch mehr zu tun nach dem stand kann jeder ziele treffen mal sehen wie es im laufen ist das ist dass da das ja 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 komm lati nach na los beeilung gut gemacht weiter so gut das macht das sehr gut lasst euch bloß nicht aufziehen sie meinen es gut auch wenn sie es nicht zeigen gut dann versuch das mal als nächstes endlich taucht ihr auf es liegt mir fern eine dame warten zu lassen ich bin keine dame vergesst das nicht ich bin euer lehrer euer bester nun einiges davon ist wahr was werden wir machen tausend wege studieren leben zu nehmen wir beiden macht euch nützlich und achtet auf schade könnte völlig ungemerkt töten augenscheinlich wie der halbe läuft versteckt euch tief unten im busch seid geduldig und ihr trefft euer ziel aus einem busch na nicht hier hingucken ich bin überrascht so aus einem busch heraus töten der hier ja ja ich habe es zumindest geschafft wie schön also ich muss sagen die engine sieht aus wie die alte assassin street 3 engine und die fühlt sich auch so an vom laufen und so weiter was ich äh ah es ist halt für die playstation 3 entwickelt worden und nicht für die playstation 4 ne und die texturen wurden damit auch nicht so hoch gebaut auch wenn es eine pc portion gab nicht schade es wird zeit für die jagd wir können wieder jagen auch alle eure sinne zur beute jagd ich euch noch mal ich noch mal ich finde ich uns bemerkt. Geil. Anfertigung, Pistolenhalfter. Bestätigen. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen. Gut. Ab zu Achilles. Aber wir spielen jetzt sozusagen warte mal, Achilles war schon alt. Aber nicht so alt als Connor. Wir spielen sozusagen zwischen Connor und Kenway. Würde ich sagen. Denn Achilles sieht nicht so alt aus wie, äh, ja. Oh ja, außerdem ist ja Achilles gestorben im dritten Teil. Wie ich hörte, sollte ein bemerkenswerter Schütze. Wie großzügig. Danke, Mentor. Mein Schiff wartet, Achilles. Das Volk von Haiti kann eure Ladung gut gebrauchen. Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück. Verlorene? Die Templer stahlen zwei wertvolle Artefakte. Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt. Aber alles weitere obliegt euch, mein Freund. Lebt wohl, Adewade. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Gut, gut. damit cool eh nein hier Anfertigung Was konnte ich bestätigen? Natürlich. So. Macht man natürlich immer als erstes alles aufrüsten, damit man am Ende so OP ist, dass es keinen mehr stört, ob man irgendwie entdeckt wird oder nicht. Wohin? Wo uns die Templer hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht? Wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Genau, wieso nicht? Die Ladezeiten sind auch schon kurz. Oh. Warte mal. Das ist die Welt. amerikanisch oder wahrscheinlich mittelamerikanisch oder irgendwie sowas. Wir haben nur eine Spur, Shea. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, was Makondal gestohlen wurde, Shea. Findet die Vorläufer- Schatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shea. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Ach, Warten mal. Also ist sozusagen mal Connor Connor ist also der Vater der Vater von Achilles oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Naja. Hallo.